Ich kann nicht denken, ich muss reden. Das sind immer gute Eigenschaften, Anwalt. Er hat mitten vor Gericht. Sagen Sie, nein, ich kann nicht denken, ich muss reden. Tja. Du schockst mich. Immer aufs Neue. Dümmersteiger. Der Hunter ist gar nicht bei uns. Doch. Okay, das Level hat er, 63. Ach, ich stehe hier. Ja, das ist wieder so eine Fall, wo ich mir denke, oh Mann, die Nien ist denn so einfach gemacht. Du kannst ihn ja auch in den Nase steigen, dann sehen wir beide bescheuert aus. Haha Lalalalalala Zalalala Zalalalalala Zalalalalala Zalalala Ja Na hier habe ich eigentlich einen Test gefunden, kontra, viel learning by doing, find ich eigentlich immer positiv. Sehr knackiger Schwierigkeitsgrad, so wurde es hier ausgedrückt. Micromanagement-Stress. Harte Einschränkungen. Schwankende Sprachausgaben. Das ist so die Negativformen. Übrigens fordernder Schwierigkeitsgrad ist auch wieder ein Pluspunkt hier, also weiß man schon, was man von den Leuten vermeiden soll bei 4players.de. Aber wenn es gleichzeitig sehr knackiger Schwierigkeitsgrad hat negativ funktioniert. Und dasselbe wurde positiv auch aufgeführt mit fordernder Schwierigkeitsgrad. Aber knackig finde ich auch immer nur, wenn es ein Arsch ist. Haha. Einer ist ja in den Comments auch übrigens aufgeregt, dass sie den ganzen Test sahen und nur noch auf Mainstream abgerichtet sind. Wo man Spiele noch, die auf eine etwas kleinere Fangemeinde abziehen, vielleicht einfach mal nach anderen Kriterien bewerten sollte. Ich bin ziemlich sauer auf dem Mainstream, auf dummen Spielern. Ok, ich hab mich sehr Fans. Wie, die Flucht? Ich bin sehr, sehr irritiert. Es ist sehr, sehr… Wiederspielwert kann das? Ich bin sehr... Ah, ich bin immer gespannt, wie die Dynamik ist. Ich bin sehr… Die Multipläer, ich glaube so manche Taktiken so rauskristallisieren, die haben wir immer gemacht werden. Ich glaube, das ist da nicht so öffne. Ja, das ist immer so ein Spiel, wo man echt so viel Möglichkeiten hat, die man schon immer gewünscht. Selbst wenn du immer nur spielen würdest, normale Infantry gegen normale Infantry, und jetzt so unmöglich, unendlich viele Möglichkeiten. Wenn man sagt, unendlich viele Möglichkeiten, Unmöglichkeiten nennen es das, wenn wir einen wollen. Ich wollte keine Zeit mit Worten verlieren, oder? Der Typ hat auch mal gegen einen gespielt, der hat immer mit so einem Fahrzeug mit gleichem Maschinengewehr eröffnet. Und das ist wie so eine besankte Sau. Die Checkpoints reingefahren? Ja. Mit einem DRC. Hat er einfach geklappt. Was steht denn jetzt? Makro verloren. Wäre du überhaupt den Boss gekundet? Ich. Die Distanz. Du? Du? Komm schon. Wir müssen den Weg doch eh retten. Hast du keinen Zipfel? Geh nicht schon. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Das ist schon wichtig. Wie du dann mit den Einheiten wie ich umgehst. Auf deine Panzer aufpasst. Dass du dich in Bewegung hältst, dass sie nicht so flankiert werden können. Oh, ich scheiße ziemlich aus. Hot. Hot. Ja, hot. Ich hab nicht hot gesagt. No, that's so we talk. Hot. 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 Oh, ich muss pissen. Aber ich kann diese Inuits bezwingen vorher. Ich brauche nur deine Hilfe. Mann, ich hasse die Leute echt. Warum sind sie langsam? Ich finde, wenn man so 50 Meter von Tango und Healer entfernt ist, sollte man einfach 1 zu sterben und gekickt werden. Und 1 Stunde Resurrection oder Debuff haben. Ich habe eben 4k gecrittet mit dem Damage. Mit Hammer Distance. Krise ich ja nicht. Nice crit. I'm so prone. Ich wusste, in dir steckt ein Löwenherz. Ich kriege ein Löwenherz. Rüscher. Rüscher. Oh mein Name. Ich muss echt nochmal irgendwann die Aktion abziehen. Jemandem klarzumachen, dass ich französisch bin. Wir sind geil worden. Schon mal frei. Wie ich jetzt dumm bin. Viva la Pissoir. Viva la Pissoir. Lange Leben. Toilette. Wie sieht mein Damage aus? Du wirst den Hunter überholt. Also bei Damage pro Sekunde. Meine leichteste Übung. Na, missklicken. Nein. Wo ist es? Wo ist es? Ich kann kurz nicht herkommen. Doch. Na, ging ja nicht schlecht. Ich muss noch schreien. Es wird weniger Damage machen. Es ist der Healer. Ich habe schon überlegt, ob ich Retri gehen sollte. Da könnte ich immer noch gut gehen. Nein. In der Tat. In der Tat. Wo waren das? Die Burning Crusade-Zeit? Wurden auch Retris als sie damit, genau. Das hat mir echt gereicht. Ja. Was ist der Ventilator? Da ist ja sicher Jim-Li-Gen. Dann ist Hunter wirklich überpowered. Der Ventilator? Der Ventilator ist einohlen. Der Ventilator ist ein bisschen, glaube ich nicht. 4k gemacht Zauberma... Du kannst keinen durchtragen Ich denke schon, wenn ich es lerne, kann ich es sagen Hast du das Lichtschwerder nicht bekommen? Das hat mich nicht gewürfelt Schade Ja, warum soll das nicht? Weil 70 Zauber macht, ne? Ich mach keinen Zauberma Damage Dann machen wir deine jetzige Waffe Aber mein Aber mein Das macht das viele Wurstwasser Das stimmt Wurstwasser das Gesunde tut Boah, meine Blase meldet sich gerade wieder zu Wort Das ist nicht gut Aber wir sind ja recht bei mir zu post Juu Juu Daju sie acids Le hombre s'ench Nois Was macht ihr denn Warum tö kocht ihr denn seine eigene Leute? Sind seine Kinder und nicht seine eigene Leute Natürlich, das ist ja nachschlimm.